Du möchtest also ein besserer Mischer werden? Dann habe ich heute den Schlüssel für dich, den einen Trick, der dich so richtig nach vorne bringt, den goldenen Gral der Mix-Engineers und das Beste daran ist, dass dieser Trick komplett kostenlos ist. Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog meinem Kanal rund um das Aufnehmen und Abmischen von Musik im eigenen Tonstudio. Und ja, ich gebe es zu, der Titel von diesem Video ist schon ein bisschen reißerisch gewählt, aber das, was ich dir jetzt gleich erzähle, das wird, wenn du es wirklich regelmäßig machst, deine Art Musik zu mischen auf ein komplett neues Fundament stellen. Und Fundament ist vielleicht genau das richtige Wort, denn Fundament bedeutet ja, dass du beim Abmischen deiner Musik absolut felsenfest sicher bist. Du weißt genau, wie laut deine Kick und deine Snare im Mix sein müssen, wie laut der Gesang im Verhältnis zu Musik sein sollte oder wie fett oder knackig der Bass wird und du weißt genau, wie viel und wie wenig Hall oder auch Delay auf der Stimme sein muss, damit sie sich perfekt in den Mix einfügt. Und wenn du jetzt auch nur eins von diesen Beispielen nicht mit absoluter Sicherheit bestätigen kannst und sagst, jawohl, das weiß ich ganz genau, dann kommt jetzt für dich gleich nicht nur der Schlüssel zur Lösung deines Problems, sondern auch noch ein wichtiger Rat am Ende vom Video, der das Ganze erst so richtig effektiv macht. Dran bleiben bis zum Ende ist also wärmstens empfohlen. Der Grund, warum Profimischer so stringent arbeiten können, so zielsicher Equalizer und Kompressoren nutzen und Faderschubsen ist natürlich in allererster Linie mal ihrer Erfahrung geschuldet. Aber es ist eben nicht nur Erfahrung beim Abmischen und Anwenden der Techniken und der Plugins. Es ist vor allem eine Fähigkeit, die ich gerne als geschmackssicher bezeichne. Diese Mischer wissen halt ganz genau, was sie hören wollen. Und zufällig wissen sie auch genau, wie sie dahin kommen mit ihren Hilfsmittel und Werkzeugen. Die Werkzeuge hast du aber auch. Das sind die Plugins und in deiner DRW sind die Hilfsmittel. Aber wie wird man so geschmackssicher wie die Profis? Ganz einfach. Der wichtigste und zudem kostenlose Trick, der dir dabei hilft, geschmackssicherer zu werden, ist, sitzt du, Musik hören. Klingt erstmal einfacher, als es wahrscheinlich ist, oder? Gemeint ist natürlich nicht gemütliches Rumsitzen und deine Lieblingsscheibe zu genießen. Ich meine hören, also ganz bewusstes Hören. Und das geht so. Setz dich dazu am besten mal an den Platz, an dem du normalerweise deine Musik abmischt. Also jetzt nicht ins Auto, ins Wohnzimmer oder in die Küche, sondern dahin, wo du deine Musik abhörst. In der Küche geht das zwar auch, aber hier ist es natürlich deutlich zielgerichteter. Setz dich also dahin, wo du deine Musik abmischt. Hier ist meine Anlage. Ich sitze immer hier und habe immer dieselbe Lautstärke eingestellt. Und dann hör dir einfach mal Musik aus deinem Genre ganz bewusst und immer in derselben Lautstärke, wie gesagt, an. Und zwar jeden Tag ein bisschen. Zehn Minuten täglich sollten eigentlich schon reichen. Am Anfang wären 20 oder 30 Grad ein bisschen besser. Aber natürlich musst du die Übungen dann später auch nicht mehr ganz so häufig machen. Und wenn du dann Musik hörst, dann fokussiere dich mal beim Hören immer auf ein ganz bestimmtes Element im Song. Nehmen wir mal aus dem Beispiel gerade, wie laut deine Kick und deine Snare im Mix sein müssen. Achte also beim Hören mal nur auf die Lautstärkeverhältnisse von Kick und Snare zur Stimme. Ist die Kick vielleicht lauter, leiser oder gleich laut im Verhältnis zur Snare? Oder andersrum, die Snare leiser, lauter oder vielleicht gleich laut im Verhältnis zur Kick oder zur Stimme? Ist die Snare vielleicht lauter oder leiser als die Stimme? Und wo wir gerade bei Snare sind, ist sie eher dünn, eher voluminös, mit Hall, ohne Hall, gedoppelt mit einem Handclap, vielleicht nur ein Handclap ohne Snare und so weiter und so fort. Du merkst schon an diesem simplen Beispiel, dass man beim Hören von Musik auf unendlich viele Kleinigkeiten achten kann. Und wenn dir die Fantasie dazu fehlen sollte, auf was du da alles hören kannst, dann habe ich für dich einen Spickzettel vorbereitet, auf dem ich für dich jede Menge verschiedene Aufgaben für gezieltes Musikhören auch mit Hörbeispielen nochmal zusammengefasst habe. Den Link zum Spickzettel, schwieriges Wort, findest du unten in der Videobeschreibung. Okay, ich gebe zu, das klingt vielleicht ein bisschen zu einfach, um wahr zu sein. Die Profis haben also einfach nur Musik gehört und sind dadurch zu besseren Profimischern geworden. Natürlich nicht nur durch das Musikhören, aber jeder Mischer, den ich kenne und jeder, den du treffen wirst, wird dir bestätigen, dass er in seinem Leben schon so viel Musik bewusst gehört hat, dass er einfach weiß, wie die Lautstärkeverhältnisse, die Panoramas und der Klang von Instrumenten und Stimmen einzustellen ist, damit es eben gut klingt. Er weiß, was er tut, weil er es schon unendliche Male bewusst so gehört hat. Er ist also sehr geschmackssicher. Und wenn er sich dann doch mal in irgendeinem Fall nicht sicher sein sollte, dann greift er zur Geheimwaffe, zu seiner Wunderwaffe aller Profis. Er hört sich nochmal, du hast es schon, er hört sich nochmal Musik an und zwar einen Referenztitel. Das Stichwort an dieser Stelle ist Mischen mit Referenz. Und was du dazu wissen musst, das erfährst du hier in diesem Video. Da sehen wir uns dann, bis die Tage, mach's gut und jassu!